Ja genau! Kommt an! Action! Wie ist das? Nein! Macht doch nichts! Trocknet wieder! Bei mir ist ein Fügel was gedichten Dicken, dann mache ich eine Kurve Periös! Ja! Gut Bea! Aber die hätte jetzt auch noch gerne rutschen gesehen Für das habe ich Ski! Mit den Ski fahre ich! Mit diesen rutsche ich nicht! So, kommen wir da! So! Oh, eine schöne Sammlung! Oh, Schneedrasschen! Schau mal! Für die habe ich jetzt noch keine Augen gehabt Haha, für ihn! Kannst nicht auf alles schauen! Hahaha Beate, du bist auch noch glimpflich runter gekommen Ja, aber zu wenig lustig! Rolf, Tatschen lassen! Nein! Komm jetzt Ski! Rolf! Wenn du Tatschen lässt, komme ich auf die Drei-Tages-Wanderung Ich habe gesagt, ich hätte schweißen, dass die Drogen ist! Hahaha Komm Rolf! Komm! Bist ein Mann! Ja eben drum! Hahaha Du! Es hat nichts, was das wegnimmt! Ja, du hast ja keine Ahnung! Hahaha Halt! Du! Ich habe kein Entmahnungsfalle gestellt! Komm Schatz, komm! Nein! Hosevöldli, komm! Mein Gott, sind ihr Weicheier! Das stimmt nicht! Einfach Weicheier! Wo ist jetzt Beate? So! Ist der Schnee schon aus den Schuhen rausgekommen? Ich? Nein, nein! Ich habe es abkühlen lassen! Barbara, jetzt ist Barbara! Ja! Ja! Ja, super! Hahaha Gut Barbara! Gut! Ja, super! Mein Gott, ist das gut! Schau mal, ich habe nicht abtrocknen können! Ist alles auf Video! Ist alles auf Video! Das Video ist trocken geblieben, aber alles andere ist alles! Ja, das macht nichts! Hahaha So, wer hat noch Mut? Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Ich muss ihn schnell ausschütteln! Also Schatz, jetzt enttäusche ich mich ein wenig! Mir gefällt es mir so besser! Ich habe gemeint, mit dir können wir das eigentlich mitmachen! Du weisst, dass das Lawinenhang ist? Ja, hör auf! Aber nicht ein Nordhang! Blödsinn! Mit wieviel Metern Schnee? Gut! Also, Experiment Steilhang ist abgeschlossen! Wir gehen wieder zum Wahlen wandern! Der nächste Kunstbelicht! Oh ja, schau, dort ist er! Der nächste ist das Kunstbelicht! Ja, kann sein! Gut! 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 Gut!